Na, habt ihr ihn erkannt? Wer war das? Modern Talking, Dieter Bohlen. Wie heißt er? Dieter Bohlen. Genau, das war Didi Bohlen von Modern Talking. Und den werden wir nachher sogar so ein bisschen nochmal sehen, als Komponist und Produzent von einer neuen Band namens C.C. Catch. Aber nicht, dass ihr denkt, das wären hier Musikladen, Bohlen-Tops. Außerdem sind da... Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020